Servus zusammen, heute schauen wir uns mal das Unicorn von Heckler & Koch an, die Heckler & Koch MR223 A3. Oder wie ich dieses Video auch nennen könnte, ich würde sie ja gerne lieben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mir wurde heute, wie ich dieses Video drehe, erst vorgeworfen, dass ich ein Problem mit Heckler & Koch hätte. Dass ich Heckler & Koch nicht mögen würde und das ist eigentlich genau nicht der Fall. Ich bin im Herzen Heckler & Koch Fanboy. Ich mag Heckler & Koch und seine Produkte. Aber wie ihr in diesem Video feststellen wollt, Heckler & Koch trifft ganz, ganz, ganz viele sehr komische und aus meiner Sicht teilweise sehr dumme Entscheidungen. Dumm kann man natürlich jetzt so oder so sehen. Ein paar Sachen davon sind wahrscheinlich auch Kalkül, aber fangen wir doch mal an. Als erstes, welche Version haben wir hier? Wir haben hier das Heckler & Koch MR223 A3 in der 16,75 Zoll Variante mit dem langen HG-Handschutz. Die gibt es mit langen und kurzem Handschutz. Wir haben jetzt hier den langen. Ist eigentlich so rein optisch betrachtet für mich einer der schönsten Modelle. Gefällt mir halt gut. Ich mag die ganz kurz und zwar auch, aber wenn ich mir jetzt eine aussuchen müsste, wäre es wahrscheinlich diese hier. 14,5er fände ich noch cool, aber mit der hier kann ich gut gehen. Grundsätzlich ist das die zivile Version des Heckler & Koch 416 A5. Fragt mich nicht, warum sie hier schon mal die Nomoklantur untereinander werfen. Also das zivile MR223 A1 ist das militärische 416 A3 und das zivile MR223 A3 ist das militärische 416 A5. Da soll jemand durchblicken. Ist nicht logisch. Ist wieder so ein guter Fall von Heckler & Koch Logik. Der Vorteil dieses Systems ist, wir hatten nämlich früher bei der A3, das war maßgeblich auch einer der Gründe, warum ich meine MR223 schon vor Jahren verkauft habe und auf Daniel Defense umgestiegen bin, ist wirklich, wir hatten hier früher einen Magazinschacht, der fast gerade war und deswegen haben eigentlich nur die Standardmagazine gut gepasst. Und die Heckler & Koch Magazine, was nicht gut gepasst hat, waren teilweise PMAX. Die musste man teilweise nachdrehen, was ich ziemlich doof fand, weil ich möchte einfach in eine AR-15 Plattform und ja, ich weiß, einige Leute werden sich hier mal aufregen, es ist eine AR-15, es ist halt eine Pisten-AR-15, aber es ist keine AR-18, weil für eine AR-18 fehlen ganz viele andere Kriterien. Ich möchte einfach meine Standardmagazine reinräumen können. Ob das ein PMAX ist, ein Lancer, ob das ein Hex-MAX ist oder sonst was, das soll einfach reinpassen und gut ist. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel auch mit dem Active-MAX von Oberland Arms, wir haben hier eine kleine Kante, ähnlich wie bei den PMAX. Das hätte dafür gesorgt, dass das in die alten Magazinschächte nicht reingepasst hätte. Generell hat hier Heckler & Koch den kompletten Lower überarbeitet. Wir haben beidseits einen bedienbaren Magazinfang und der funktioniert sehr, sehr gut und tut genau das, was es sollte. Wir haben hier einen beidseitigen Bolt-Catch und Bolt-Release und der ist meiner Meinung nach einer der besten auf dem Markt, weil, und das ist für mich wichtig, der löst sauber aus, der verriegelt aber auch sehr, sehr gut. Also wenn ich hier den Hebel hochdrücke, keine Probleme. Okay, jetzt war das Magazin drin, aber auch ohne Magazin drin. Es lässt sich leicht mit einer Hand bedienen und ist super geil. Gerade im Liegenanschlag, wenn ich sage, Liegenanschlag, ich möchte meine Waffe gerne sichern, ich möchte die Waffe gerne entladen, funktioniert es damit super geil. Der Ping-Pong-Paddle, also der Verschlussfang auf der Seite, ist etwas vergrößert worden und am Upper haben wir hier eine Kante eingesetzt, damit wir den nicht fersinnlich mit unserem Wampen auslösen können. Also finde ich auch nicht schlecht, weil das ist oft bei vielen AR-Systemen das Problem, ich lege die so ab. Nach deutscher Sportordnung, dass das Fenster nach oben zeigt, wenn man sieht, ob was in der Waffe drin ist, am besten noch eine Safety-Flag rein und sowas, ich lege die hier ab und der Verschluss geht vor. Aber ist hier recht gut verhindert und trotzdem kann ich hier mit einem schönen Handballenschlag das Ding immer noch zuslappen. Finde ich super geil gelöst. Beidseitiger Feuerballhebel, hier noch im 90-Grad-System, in den modernen Varianten wie zum Beispiel der 416A7 und wahrscheinlich der jetzt kommenden MR95K, wird es hier eben in der 45-Grad-Sicherung sein. Finde ich nicht notwendig, ich habe schon öfters gesagt, ich finde die 90-Grad-Sicherung gut, kann ich mit leben. Aber ich verstehe auch, wenn jemand sagt, er möchte was anderes haben. Grundsätzlich finde ich die von der Größe genau richtig, die sind etwas kürzer als die meisten bei euch zeitlich bedienbaren Sicherungshebel und die stören mich hier nicht mit dem Zeigefinger, sind gut zu bedienen. Supergeile Lösung. Eine Geschichte, die Herr Heckler & Koch mit eingeführt hat, ist eben, dass ich die Waffe auch im entspannten Modus sichern kann. Bin ich persönlich der Meinung, braucht man nicht unbedingt. Warum braucht man das nicht unbedingt? Ich persönlich finde, wenn ich mir das Sicherung, wenn ich die Waffe nicht sichern kann, ist die Waffe nicht gespannt. Und für mich ist es auch eine Möglichkeit, im Dunkeln rauszufinden, welchen Ladestatus die Waffe gerade hat. Hat halt manche Dienstordnung so vorgeschrieben, dass das auch so gehen muss. Sorgt dafür, dass nicht alle Abzüge in die Waffe reinpassen. Unter anderem, es gibt noch einen zweiten Grund, also die Schlagpolzensicherung. Man kann hier nicht jeden Abzug reinbauen, also man braucht einen dedizierten 416- bzw. MA223-Abzug. Gibt es, zum Beispiel von Geißerle, aber hat halt nicht jeder Hersteller und nicht jeder AR-15-Abzug wird verpassen. Kommen wir gleich zum Thema Abzug. Auch den, muss man ganz ehrlich sagen, ist ein Milch-Spec-Abzug, ist nichts Besonderes. Tut aber unheimlich gut, was er soll. Und im Vergleich zum G36 bzw. HK243 ist es ein echt, echt sehr, sehr cleaner und sauberer Abzug. Wir haben hier den vergrößerten Abzugsbügel. Finde ich eine super Entscheidung, dass den Heckler und Koch mit reingenommen hat. Weil, ja, als Jäger schießt man auch gerne mal mit Handschuhen. Finde ich super. Wir haben den etwas steileren, das etwas steilere Griffstück. Auch das finde ich eine super Entscheidung. Und, ja, ich glaube, da sind mit den guten Veränderungen dann auch schon durch, weil jetzt kommen dann so ein paar Sachen, die mir nicht so gefallen. Der Slimline-Stock. Er ist bequem, er liegt gut in der Schulter, er tut das, was er soll, aber er hat auch ein paar Problemchen. A. Heckler und Koch weigert sich bis heute, QD-Sockel zu verbauen. Warum auch immer. Wir haben hier diese alten Trageriemenösen, wo man den Trageriemen durchfädelt. Man kann hier mit dem Trick auch eine QD-Öse reinbauen. Also es gibt für Benelli-Flinten gibt es einen Adapter dafür und der passt auch hier wunderbar. Man muss ihn nur ordentlich anziehen, aber es ist aus meiner Sicht keine wirklich gute und sinnvolle Lösung für die heutige Zeit. Ich sage mal, jeder der Hersteller, also so gut wie der Hersteller, sollte so einen QD-Sockel zumindest optional mit reinbauen. Zumindest eine Stelle dafür vorsehen. Haben sie nicht. Wollen sie nicht. Ansonsten ist das zweite Problem. Wir haben bei Heckler und Koch eine super, super gute Buffer-Tube. Die zeige ich euch gleich mal. Diese Buffer-Tube ist sehr, sehr hochfest gearbeitet. Wir haben hier eine etwas größere Kesselnaht, die auch ein bisschen Festigkeit im System sucht und wir den Schaft auch nur so weit einfahren können, wie er ins System reingeht. Also ihr seht hier, wenn die anlegt, wir kommen genauso weit rein, wie es eben auch geht. Der Schaft kann nicht weiter vorfahren, als wo er noch verriegeln kann. Die Buffer-Tube, das ist ja auch eins von den Heckler und Koch-Patenten, was jetzt eben in der Bundeswehr-Departee immer wieder angesprochen wird. Hat auf der Unterseite Bohrungen, um Wasser aus dem System herauszudrücken. Hat auf der Rückseite Bohrungen für genau denselben Zweck. Also es ist eigentlich eine supergeile Buffer-Tube. Sie ist nicht Milch-Spec-kompatibel. Sprich, ihr müsst hier entweder Heckler und Koch-Schäfte verwenden oder Commercial-Stocks nehmen, was euch im Zubehörmarkt sehr, sehr einschränkt. Die einzige Alternative ist, und es ist keine gute Alternative, ist Buffer-Tube ausbauen, andere Buffer-Tube anbauen. Ihr könnt jeden Schaft verwenden, den der A15 Markt hergibt. Das ist aber technisch gesehen ein Downgrade. Und ich verstehe nicht, warum Heckler und Koch hier nicht einfach, wie jeder verfickte andere Hersteller es einfach auf die Reihe kriegt, einen Miss-Spec-Stock zu verwenden. Ich verstehe es nicht. Wäre technisch bestimmt genauso möglich gewesen, aber Heckler und Koch wollte das einfach nicht. Im Übrigen ist es auch kein richtiger Commercial-Stock, also nicht hundertprozentig. Es ist nur sehr nah dran und sehr ähnlich. Aber ist halt so. Über die Sling-Plate hinten könnten wir noch streiten. Ich hätte halt, wenn ich die Sling schon seitlich hätte, hätte ich hier auch noch gleich einen Codés-Sirkel mit angebracht, wie es auch viele Hersteller machen. Okay, könnten wir darüber streiten. Die Flip-Up-Visierung, was Heckler und Koch verbaut, absolut brauchbar, hochwertig, gut einstellbar, schön zu arretieren, was ich halt zum Beispiel auch gut finde bei der hinteren Visierung, schnell abnehmbar. Wenn ich jetzt sage, ich will irgendwie ein Zielfernrohr verbauen, bräuchte ich nicht extra nochmal Werkzeug, um das hier irgendwie umzusetzen, sondern kann das eben mit einem Handgriff hier an, also D und N montieren. Wenn wir das Ding schon unten haben, finden wir hier noch eine weitere kleine lustige Verbesserung. Die Picatinny-Schiene geht bis fast hinten zum Ende des Ladehebels. Jetzt ist bei den AR-15-Systemen meistens ein paar Rippen vorher eben schon Schluss. Finde ich ja eine schöne Geschichte. Ist jetzt nicht gerade das Kaufargument schlechthin, aber haben sie eben beim alten Modell eben auch noch anders gelöst gehabt. Grundsätzlich würden ja auch immer wieder gesagt, ja, kann man nicht einen anderen Handguard ranbauen. Nein. Wie bei den meisten Pisten der AR-15-Systemen ist das System hier höher. Also wenn es mal auffällt, wenn ich den jetzt mit einem AR-15-Upper-Receiver nebeneinander lege, merke ich hier, dass das Stück hier höher ist. Hat den Grund, dass wir auf dem Lauf drauf das Pistensystem haben. Das muss ja irgendwo hin und das läuft hier oben und setzt die ganze Geschichte etwas höher. Dadurch, dass der Handguard höher sein muss, muss auch das Griffstück, also beziehungsweise das Gehäuse hier oben höher sein. Und das führt halt eins zum anderen. Die Visierung, wie gesagt, ist brauchbar. Kann man nicht meckern. Das Einzige, was ist, er hat ein bisschen eine eigene Höhe. Also es ist nicht so richtig Co-Witness und es ist nicht unbedingt Low Assert. Es ist irgendwie so eine Mischung aus beiden ein bisschen, aber es funktioniert. Wenn wir uns dann von vorne umschauen, wir waren ja gerade bei Frontside, das Muscle-Device. Das ist im Prinzip ein alter G3-Flash-Highter vorne drauf. Vom Prinzip, ist ein bisschen anders natürlich, aber vom Aufbau her ist er wie ein A3-Flash-Highter. Ja, den haben sie auch nur drauf gebaut, weil sie irgendwie der Meinung war, dass es sinnvoll ist. Also ich, auch wenn die Entscheidung ich nicht verstehe, Heckler & Koch selber hat andere Flash-Highter, auf die man zum Beispiel einen Rotex-Schalldämpfer draufbauen könnte, wenn man möchte. Ja, Heckler & Koch nicht für nötig. Lieber den draufbauen und den anderen nochmal nachkaufen. Also ich weiß nicht, ob das die Logik dahinter ist, aber auf jeden Fall haben sie es so gemacht. Der Flash-Highter ist gut, der tut seinen Zweck. Aber ganz ehrlich, das ist so ein typischer Flash-Highter, der man runterbaut, wenn man irgendwas anders draufbauen will. Will man einen Kompensator haben, will man einen Schalldämpfer draufmachen oder sonst was, fliegt das Ding eh gleich runter. Oder hätte man aus meiner Sicht auch einfach den Rotex-Adapter mit gleich draufbauen können, dann hätte man zumindest die Blas-Deflektoren und die Schalldämpfer von B&T gleich mitverwenden können. Die Heckler & Koch ja selber bewirbt, die gibt es ja teilweise sogar mit Heckler & Koch-Markings drauf. Mein ganz großer, harter Kritikpunkt dreht sich aber um diesen Bereich hier, den Handguard. Und insbesondere um diese kleine lustige Stelle hier am Handguard, da steht ein S und ein N. Das suggeriert einem, dass man hier was einstellen könnte. Suppressed and Normal Betrieb. Also ob man einen Schalldämpfer drauf hat oder nicht. Was bei einem Pistensystem gar nicht mal so unwichtig wird. Tja, die Markings sind drauf, die Schnittstelle ist da, der Gasblock ist nicht verstellbar. Fragt mich nicht, warum. Heckler & Koch hat da schon die lustigsten Antworten gegeben von wie, ja, das ist ultrageheimes Behördenmaterial und wir wollen nicht, dass das in falsche Hände bekommt. Äh, ja, ihr seid die einzigen Menschen auf der Welt, die es geschafft haben, ein verstellbares Gassystem auf die Reihe zu bekommen. Also bitte euch das, also ich kann doch schon stehgreif zwölf Firmen sagen, die das irgendwie ähnlich auf die Reihe gekriegt haben. Teilweise sogar besser. Und ich sag mal hier, Aftermarket kann man sich die Gasabnahme von Burg zum Beispiel verbauen. Bieten wir zum Beispiel auch an. Dann ist das auch gelöst. Aber hier ist die Schnittstelle da, aber der Gasblock drunter ist nicht verstellbar. Und damit nicht genug, dass der Handguard, auch wenn er aus meiner Sicht gut ausschaut und eigentlich auch gut in der Hand liegt, ist das Ding einfach so ein großer Logikfehler. Wir haben beim G36 die Möglichkeit gehabt, dass wir hier einen Stift rausziehen, den Handguard abnehmen, um ans Pistensystem zu kommen und das zu warten. Haben wir hier nicht. Wir brauchen hier Werkzeug, das runterzubauen und wir brauchen eigentlich auch Werkzeug, um das draufzusetzen. Ich weiß, beim 416 A7 haben sie es jetzt endlich gelöst, dass sie hier einen Klemmgriff reingemacht haben. Das hat Hähnl halt schon vor Jahren gemacht. Ja, Hähnl vs. Heckler & Koch ist ja immer so die Geschichte, wer hat jetzt von wem geklaut und hin und her. Das ist eine Sache, die hat Hähnl besser gemacht. Ich bin in den meisten Fällen eher auf der Seite von Heckler & Koch. Das ist wirklich bei Hähnl von vornherein besser gelöst worden. Wie beim G28 auch ist der Handguard einfach total komisch aufgebaut. Ich verstehe die Logik dahinter nicht. Der hat hier in dem Bereich H-Key, der hat auf der anderen Seite H-Key, der hat auf der unteren Seite bis hierhin Picantini-Schienen und obendrauf Picantini-Schienen. In dem Bereich, wo ich sage, außerhalb von Deutschland oder wenn ich es in Deutschland darf, würde ich eine Lampe anbringen oder einen Laser, habe ich nichts. Das da vorne ist, lasst euch nicht täuschen, das ist kein M-Lok. Das sind nur Lüftungsschlitze. Auch unten, das sind ein bisschen länglichere Lüftungsschlitze, das sind aber auch kein M-Lok. Ich weiß nicht, was Heckler & Koch sich dabei gedacht hat. Das ist genau dieselbe blödsinnige Entscheidung wie beim G28. Wir haben da, wo das Zube hin muss, keine Montagemöglichkeiten. Dafür haben wir da hinten extra viele. Was will ich denn hier alles anbringen? Also wenn ich sage, ich will hier 25 Trageriemenösen anbringen, ja, das kann ich machen. Davon abgesehen, dass es da nicht so viel Auswahl im Bereich H-Key gibt. Ich kann hier hinten Picantini-Schienen anbringen, um alles Mögliche anzubringen, aber das macht halt auch keinen Sinn. Und ich sage mal, wenn ich einen Sturmgriff anbringen möchte, dann bringe ich den eigentlich selten hier an. Hier, 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 hier. Und hier kommen wir langsam so in den Bereich, wo es Sinn macht. Genauso zwei Beine. Das zwei Beine möchte ich auch meistens relativ vorne haben. Also ich kann es auch hinten anbringen, aber es macht keinen Sinn. Also es ist einfach irgendwie ein bisschen dämlich gelöst. Nicht zu Ende gedacht. Und was wir an der Stelle aber dafür dann doch haben, ist die Möglichkeit, hier einen Granatwerfer anzubringen. Also wir haben hier diese kleine lustige Schnittstelle am Gasblock, der ja die Zivilvariante ist. Und haben die Möglichkeit, hier den AG-36-Granatwerfer beziehungsweise den M320 anzubringen. Ja, finde ich ein klein bisschen unlogisch aufgebaut. Eine Sache, worüber man sich streiten könnte, ist der Lauf. Der Lauf hat wirklich, wirklich fettes, schweres Profil. Das macht die Waffe auch wirklich schwer. Also wenn man die hier immer hochnimmt, das ist ein Eisenschwein. Das muss man wirklich sagen, das Ding ist heavy. Das liegt sehr sauber in der Linie. Das lässt sich sehr, sehr geil schießen, aber es ist einfach ein Eisenschwein. Mit dem Pistensystem zusammen ist es halt auch ein bisschen recoil-intensiv. Es gibt auch hier Lösungen, das eben zu machen. Man kann zum Beispiel sich von Lothar Walter einen Lauf anfertigen lassen. Bieten wir zum Beispiel auch an, dass man hier zum Beispiel einen Pencil-Barrel, einen Lightweight-Barrel oder ähnliches verbaut. So kann man zum Beispiel in einem Aufwasch gleich mit der Burgbremse machen. Ist überhaupt kein Thema, das bieten wir an. Das funktioniert gut. Ist aber halt eben so eine Sache, ich verstehe nicht, warum Heckler & Koch hier im CV-Mark nicht die Möglichkeit anbietet, sich zu wählen. Ich will einen leichten oder schweren Lauf zu haben. Also die Möglichkeit bietet es, ein bisschen mehr auszuwählen. Und ich verstehe, wie gesagt, hier zum Beispiel diesen Handguard absolut nicht. Grundsätzlich muss man sagen, Heckler & Koch ist wirklich unter den AR-Herstellern. Und Heckler & Koch ist ja kein gebürtiger AR-Hersteller. Die haben ja vorher alles Mögliche hergestellt. Und eigentlich eher eigenentwickelnde Systeme oder umgebaute Systeme. Unter den AR-Herstellern gehört Heckler & Koch zum Premium-Bereich. Es gibt qualitativ nicht viel Luft nach oben. Das muss man ganz ehrlich sagen. Die Dinger sind grundsolide, die sind nicht kaputt zu kriegen. Hammerpräzise, vor allem für ein Pistensystem. Grundregel ist, Pistensysteme sind bei gleicher Qualität immer unpräziser als Direct-Impingement-Systeme. Ja, Heckler & Koch hat das anscheinend nicht gehört. Heckler & Koch-Systeme sind auch mit Pistensystemen sehr, sehr präzise. Sie sind aber gleichzeitig auch sehr schwer und irgendwie ein bisschen komisch aufgebaut. Generell muss man zu allen Heckler & Koch-Waffen sagen, die sind jetzt schon seit einigen Jahren schwer zu bekommen. Aber wir sind hier auf dem Weg der Besserung. Die Waffen, die wir jetzt die letzte Zeit bekommen haben, haben alle Beschuss aus Birmingham gehabt. Hier haben wir eben die HK223, eben die MR223. Wir haben auch eine ganze Menge andere Modelle gehabt. Wir haben immer wieder mal Modelle übrig, weil die Leute, die es ursprünglich bestellt haben, sie storniert haben. Wenn ihr an irgendwas Interesse habt, sagt uns Bescheid. Ihr könnt es auch bei uns bestellen und wir packen euch auf die nächste Liste mit drauf. Wir können halt absolut keine Lieferzeiten versprechen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber wenn ihr uns eben unterstützen wollt, kauft eure nächste Waffe bei uns. Damit ist uns am meisten geholfen. Aber man kann hier an diesem Video schon wieder sehen, dass man Sachen differenziert sehen soll. Das war ja schon mal vor kurzem bei einem anderen Video das große Thema. Differenzierte Sichtweise ist wirklich wichtig. Und ich will das Gewehr mögen. Ich kann es bloß so, wie es Heckler & Koch auf den Markt gebracht hat. Und es sind ja nur äußere Werte, die das Problem hier mit sich bringen. Kann ich es eben nicht lieben. Es ist grundsolide ein geiles Gewehr. Aber es sind ganz viele Sachen dran, die mich einfach massiv stören. Und das ist wirklich so eine Sache. Ich kann beides sehen. Ich kann die guten Eigenschaften sehen. Ich kann die schlechten Eigenschaften sehen. Und das ist jetzt wieder ein Punkt, der bringt mich hier zu der Frage. Wie seht ihr das? Teilt ihr hier meine Meinung? Sagt ihr auch, boah, das ist eigentlich ein saukooles Gewehr. Ein gutes Konzept. Aber Heckler & Koch hat es in der Endausführung verkackt. Oder sagt ihr, boah, alles was Heckler & Koch macht, ist Gold. Oder seid ihr generell der Hinsicht, Heckler & Koch ist total überbewertet. Schreibt mir eure Meinung einfach mal unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt darauf. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns das nächste Mal hier bei Kuma Tactical. Bis dann.